Hallo meine Lieben! Herzlich Willkommen natürlich zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es wunderbar. Jetzt wieder, weil mir ging es heute Morgen nicht so dolle. Aber es hat auch was mit dem gestrigen Abend zu tun, denn ich war noch auf einer Feier, auf ein kleines Mini-Konzert in der Gaststätte meiner Eltern und es war ein bisschen spät geworden. Und deswegen ging es mir heute Morgen nicht so dolle und ich musste ja auch noch arbeiten. Und jetzt geht es mir wieder besser und ich dachte, bevor ich dann das vergesse und es dann nicht ganz so spät wird, drehe ich natürlich meine Videos ab. Und zwar werde ich euch heute mein Adventskalendertürchen Nr. 6... Ich wollte schon 5 sagen. Nein, 6 werde ich euch zeigen. Heute ist ja auch Sonntag, der 6. Dezember. Ein Nikolaustag ist das nämlich. Und ja, wir fangen da einfach mal direkt an, ohne viel rumzubabbeln. Mal schauen, was wir dort haben. Und hier habe ich jetzt auch wieder meinen Kalender. Und wie gesagt, Problem ist hier wieder dieser Kalender. Also wie gesagt, da muss mal eine Lösung her. Und hier oben ist Türchen Nr. 6. Genau. Und das machen wir gemeinsam wieder auf. So. Und... Oh, das ist ja cool. Das ist hier ein... Wie es aussieht, sieht es aus wie ein Lippenstift. Und das ist ein Perfect Color Lipstick in limitiertem Color & Art Design. So wie mein Lip Liner, den ich euch ja gezeigt habe. Und hier steht, besonders kussecht und wasserfest wird der Lippenstift mit der ADECO Lippenstift Fixierung Magic Fix. Magic Fix habe ich ja. Habe ich auch immer unterwegs in meiner Kulturtasche. Und wir holen das jetzt raus. Also so sieht das ganze Design aus. Auch wirklich wunderschön. Ich habe im Übrigen in der Nähe meinen Lip Liner. Denn hier liegt auch noch was, was ich euch zeigen muss im nächsten Video. Aber ich habe hier schon einen Lip Liner davon parat zum Auftesten. So sieht das quasi kombiniert aus. Und ich denke mal, wenn das ein roter Lip Liner ist, wird das auch ein roter Lippenstift sein. Und da schauen wir mal nach. Und es ist ein roter Lippenstift. So sieht der aus. Wunderschön. Aber der ist eher so orange-rot. Aber die könnten zusammen passen auf den Lippen. Wir swatchen mal. Auf dem Handswatch sieht das eher so orange-rot aus. Scheint ein glossiger Lippenstift zu sein. Also kein matter. Hier steht auch nicht... Oder steht da was wie... Wie das ist. Ist nur diese Color and Art. Perfect Color Lipstick. Aber es scheint ein glossiger Lippenstift zu sein. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja. Und das Design finde ich super. Und das werde ich dann bestimmt mal ausprobieren in dem nächsten Schminkkorb oder so. Oder halt so mal zwischendurch. Und ja. Also ein Lippenstift ist im Türchen Nr. 6. Genau. Und jetzt schneiden wir die Türe jetzt ab. Und sich einmal eben drehen. Das mache ich jetzt immer so. Dann weiß ich auch, welche Türe ich schon komplett fertig habe und welche noch geöffnet werden muss. Und dann stehen die auch nicht im Wege, wenn ich die nächsten Türchen aufmache. Ja, das war es wie gesagt mit meinem Adventskalender Türchen. Mit einem wunderschönen Lippenstift. Ich freue mich. Und ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.